Curtain Wall Staubschutzwände – die Lösung bei Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten als Schutz vor Staub, Schmutz und Zugluft. Durch den modularen Aufbau kann die Curtain Wall einfach durch nur eine Person aufgebaut und beliebig erweitert werden. Das System ist wiederverwendbar und spart somit Zeit und Geld. Ergänzend erhalten Sie bei uns Staubschutztüren für den problemlosen Durchgang zu Baustellen, sowie die Tecmatch Schmutzfangmatte, welche den Staub und Dreck von den Schuhsohlen entfernt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017